Einer der seit Jahrzehnten führenden Verfassungsrechtler der Bundesrepublik Deutschland, der frühere Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, ein Sozialdemokrat, forderte eine restriktive Migrationspolitik, um die Islamisierung Deutschlands zu verhindern. Die AfD liegt mit ihrer kritischen Haltung zur muslimischen Einwanderung ganz auf seiner Linie. Das Prüfgutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zur AfD rückt die Positionen wie die Böckenfördes nun in die Nähe der Verfassungsfeindlichkeit. Von Böckenförde stammt das sogenannte Böckenförde-Diktum, wonach der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Das heißt, der freiheitlich-säkulare Staat lebt davon, dass die Bürger diese Gesellschaftsordnung mittragen und unterstützen, Wenn durch die muslimische Einwanderung ein wachsender Teil der Bevölkerung einem religiösen Verständnis anhängt, das mit dieser freiheitlich-säkularen Ordnung nicht vereinbar ist, hat das ernsthafte Konsequenzen für den Fortbestand dieser Ordnung. Daraus zog Böckenförde 2009 in einem Beitrag in der FAZ die Schlussfolgerung, dass die Angehörigen des Islams durch die geeigneten Maßnahmen im Bereich von Freizügigkeit und Migration in ihrer minderholten Position verbleiben sollten, damit ihnen der Weg verlegt wird, um über die Ausnutzung demokratischer politischer Möglichkeiten die liberale Staatsordnung von innen her aufzurollen. In einer derart restriktiven Migrationspolitik sah Böckenförde eine Selbstverteidigung, die der freiheitliche Verfassungsstaat sich schuldig ist. Dass inzwischen Selbstpositionen von Verfassungsrichtern, vom Prüfgutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz in die Nähe der Verfassungsfeindlichkeit gerückt wird, zeigt die ganze Absurdität der vom neuen Bundesverfassungsschutzpräsidenten Haldenwang vorgetragenen Vorwürfe gegen die AfD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017